... Ja, dann musst du deine private Spaß-Sammlung dann so mal Freundeskreis bezeichnen, lass da der Block da und dann gucken wir, was wir tun. Ja, dann nicht, aber ich mach damit machen. Das ist gut, dass sie jetzt, ist ja eh schön. Und das ist das für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017